Liebe Freunde der Marabu, seit meinem Film aus dem Jahr 2014 haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Mein Vater Franz Peierl war Akkordeonspieler bei der Marabu und in einem Notizbuch hatte er aufgezeichnet, wann er angefangen hat, und zwar am 29. August 1948, welche Veranstaltungen die Marabu gespielt hat und welche Gage er erhalten hat. Diese Aufzeichnungen begannen am 29. August 1948 und endeten am 1. Mai 1953. Es musste deshalb davon ausgegangen werden, dass er und seine Kollegen, der Trompeter Karl Ebnert, der Gitarrist Richard Püttl, der Geiger Roman Rumpig und der Bassist Franz Stich, ab Mai 1953 nicht mehr in der Kapelle Marabu mitgespielt haben. Die neuen Musiker waren ab diesem Zeitpunkt der Akkordeonspieler Josef Lindner, der Trompeter Ludwig Narrhaft und der Gitarrist Franz Blanek. Als ich kürzlich verschiedene Bücher aus dem Nachlass meines Vaters in den Händen hatte, fiel aus einem ein Foto heraus. Auf der Rückseite dieses Fotos hatte mein Vater handschriftlich notiert, Moosbach, Fasching 1957. Dieser Vermerk ist der Beweis dafür, dass die Marabu in der ursprünglichen Besetzung mindestens bis 1957 gespielt hat. Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse hat Willi bald Ebnert mit seiner Schwägerin Gretl nochmals Gespräche geführt. Er konnte dabei klären, dass der irrtümlich mit 1953 datierte Wechsel der Musiker erst im Jahre 1958 erfolgt ist. Ich habe mit der Schwägerin mit der Gretl noch nicht geredet. Ja, ich auch. Er hat gefragt, Willi bald, du musst doch das noch wissen. So, ich ruf, ich fahre da schon ein Ding hin. Er sagt, du wirst doch, wie du einmal einen Bau geben willst. So, ja, da hast du die ganze Woche nicht da war. Da haben wir einen Bauern gehabt. Da hinten von Stammt und Maxen haben wir einen Bauern geschlossen. Ein Vater. Ja, ich bin auch ein Friedhof. Ja, ich bin auch ein Friedhof für Sie. Ich bin auch ein Friedhof. Ein, ja. Er hat gesagt, so gehe ich. Na, ruf, wenn halt, hat man dich aufgehört? Man sagt, aufgehört, dann hat die rein so 58. Weil ich nicht mehr nachgeben habe. Die ganze Woche war ich nicht da haben. Samstag und Sonntag haben wir schon mal ein Spiel. Ich wieder nicht da gewesen. Er hat gesagt, ich bin doch kaputt. Und 58 haben sie aufgehört. Und dann haben die 58 deswegen so mit dem Bauern anfangen können. Ja, ja. Du weißt das sogar. Ja, mit dem wusste ich das, gell? Ja, mit dem wusste ich das, gell? Ja, mit dem wusste ich das. Und 58 gehören dann ja auch so. Das wusste ich. Darum hab ich schon ein bisschen, aber nicht genau. Also, anhand von dem Foto stellt fest, dass Siemerfurt, der Vater und... Und die haben alle noch gespielt. Die haben alle noch gespielt. Sie sagen, ich bin... Und ... Und er hat dann mal 58 bis in Azzone und da hat er da aufgehört. Der hat dann auch aufgehört. Und wann? War das im ... genau ... Frasching oder war das so? Nein, 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 nein. Unter mir oder? Unter mir oder? Frasching hat er nicht aufgehört. Also Frasching haben sie auch immer 58 Spur gespielt. Ja, hat er nicht gespielt. Und er hat dann gesagt, er wollte es einfach aufgehört und er hätte uns alle zusammen aufgehört. Weil er es tut gar gut, nehmt. Wir haben uns zusammengekriegt und der Papa aufgehört, der Hildweck, der Korn und der Franz. Und der Stich? Der Stich war sowieso schon weg. Der war vorher schon weg. Der war vorher schon weg, ja. Weil der Schwierigkeit hat, mein Asthma wollte sich da nicht und der war vorher schon weg. Und wie ist dann für den Stich gekommen? Der hat keinen Pass gehabt. Da haben Sie keinen Pass gehabt. Naja, okay. Dann wissen wir jetzt definitiv, dass die Asthma in der Blauen Fasching aufgehört haben. Das kann gut sein. Ja, ja, ja. Der Juni ist unterfaschiert. Weil das, was die auch umgehört haben, den Termin, die haben die auch keinen umgehört. Und ich war eben an der Meinung, mein Vater hat ja das in den Aufzeigen gemacht. Und dann ist das angegangen Ende der 40-48 Uhr. Ja, ja, ja. Bis, glaube ich, 53. Ja, ja, ja. Durch, ohne. Ja, 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 ja. Und darum war ich der Meinung, dass da dann das aufgehört haben. Und das da und jetzt dein Aussage ist der Beweis dafür, dass dem... Das ist eben von der Lage. Ja, 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 ja. Und jetzt war ich der Meinung, dass vielleicht dann 57. Darf keiner drum weiter drin drücken? Nein, 57. Ich weiß auch, ob es da nur jahrelänger gespürt. 58. Ich spraue, ja. Jetzt würde ich bloß das Foto nur kurz in die Kamera halten. Dass man sieht, was das für ein Foto war. Ja, ja, ja. Und wenn ich es umdrehe, dass das dann auch vom Papa so aufgeschrieben worden ist. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. newspapers Euro BROWN Also bei uns ist heute der 26. Mai 2015 Da ist der Maierquirl und die Maier Maria aus Burtreswitz zu Besuch und die haben damals Marabou Veranstaltungen oft besucht. Der Marabou, was der gesungen hat, habe ich mitgesungen. Das ist direkt so eingeflascht, wenn ich auch nicht. Oder naja, der müsste Marabou spielen, dann kann man es wieder mit singen. Oder jetzt ist ja nicht mehr zwei Lieder spielt. Nein, nein, das ist eine ganz andere Zeit. Dann haben wir das ganz anders gemacht. Also auf jeden Fall. Wir haben ins Fels gegangen bis auf Flammen. Wir haben Stiefel angeholt. Im Winter. Im Winter. Was? Wir haben Stiefel angeholt und abgelamts gehabt, die ganze Erde. Und haben wir auf Flammen gegangen, bis Marabou letztendlich gespielt hat. Da ist schon was. Und immer leicht geworden. Immer leicht. Immer leicht. Immer viel Zeit. Und immer wenn es angefangen kam, die ersten zwei Stücke haben wir immer gehört. Und dann ist der Tanz ausgegangen. Also zwei Stücke ohne dass es tanzt worden ist. Ohne Tanz. Hatten wir getanzt bleiben dürfen. Aha. Da haben sie alle in den 16 Jahren geflogen. Das war einfach eine Musik, die es für überall gehört haben ist. Da bist du zusammengegangen und hast was mit Hand gebracht ist. Und du hast den ganzen Anfang geschwärmt davon. Okay. Ja. Also ich schaff. Und ich kam Marabou. Ich hab schon gesungen. Und ich hab bloß bei Marabou. Wenn man Marabou gespielt hat, die Kamm gespielt hat und was. Dann nicht hin. Wie alt warst du jetzt dann? Ich bin dann noch so in die 20er Jahre gewesen. Nein. Schon 22, 23 Jahre gewesen. Da bin ich noch früh gegangen. Nein. Es ist geste, das ist愿 ster. Ja, aber galen. ==. Eigentlich war es so. Ja. Ich meine dass da вводzubورiert du für dich ja. Und ich bin froh. Ja. Ja! Na razie bin ich 15 ohne. Harald Min keinen comunidad. Ich inne. sea! Es invece für das Kamm ging Deutsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir kommen nun zur Schlussaufnahme unseres Heimatfilmes. Danken wir allen Gott, dass er uns diese schönen Stunden erleben hat lassen. Möge der Film für alle Mitwirkende eine ewige Erinnerung und für die kommende Generation eine Mahnung sein. Treu zur Heimat zu stehen, treu zusammenzuhalten. Es lebe unsere schöne, liebe Heimat, es lebe unser Weithaus. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020